Linke Umweltaktivisten fordern ja Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen. Dazu haben sie sich heute vor dem Parlament auf den Zebrastreifen geklebt. Aus meiner Sicht könnten sie dort vor allem bei dieser Witterung grundsätzlich picken lassen. Aber Gott sei Dank sind sie nicht auf die Idee gekommen, sich auf die Autobahn zu kleben.